So deine Bastelzeit und heute da machen wir mal wieder so ein bisschen Sensorkunde. Genauer gesagt Bewegungssensorkunde. Wenn ich Bewegung detektieren möchte, dann nutze ich eigentlich immer so was hier. Das hier das ist ein PIR Sensor oder in dem Fall ein komplettes Modul, aber hier so einen Sensor. Die sind relativ praktisch, sie sind relativ günstig und man kann es halt an vielen Stellen benutzen. Zum Beispiel um den Komfort zu verbessern, zum Beispiel wenn mein Raum betritt, das automatisches Licht angeht. Genauso andere Richtung. Wenn keine Bewegung im Raum ist vielleicht das Licht ausschalten, kann Strom sparen oder halt auch so was wie Einbruchsschutz oder ähnliches. PIR ist und war dabei auch so immer das was man haben wollte oder was man genutzt hat, wenn es darum geht Bewegung zu erkennen. Allerdings PIR hat auch ein paar Nachteile, die einem gegebenenfalls auf die Füße fallen können. Das erste ist PIR, Passive Infrared. Das heißt also das Ding arbeitet im Infrarotbereich auf gut Deutsch. Es guckt nach Hitze. Das ist auf der einen Seite natürlich gut, weil die meisten Körper, die haben Hitze. Das heißt, wir haben eine Tendenz dazu, eher Menschen, Tiere und Ähnliches zu erkennen, also Lebewesen und weniger irgendwie, wenn sich ein Blatt im Hintergrund bewegt oder ähnliches. Allerdings ist das halt auch genauso ein Problem, denn je nachdem, was man für Kleidung trägt, ist man relativ gleich mit der Umgebung, was die Temperaturen angeht und das kann der hier zum Beispiel nicht erkennen. Genauso kann der hier auch überlastet werden, wenn zum Beispiel die Sonne drauf scheint, dann ist der Sensor einfach überlastet und erkennt nichts mehr. Das ist jetzt für ein Licht, was angehen soll, wahrscheinlich egal, weil wenn die Sonne so da drauf knallt, braucht man kein Licht, aber gerade in Alarmanlagen oder so ist das eventuell suboptimal. Das nächste Problem, die Bewegung, die wird nur quer erfasst. Wir sehen ja hier diese kleinen Linsen hier drauf, dieses Wabenmuster und im Prinzip muss die Hitze von einer Wabe zur nächsten wandern. Das heißt, wenn ich hier so mache, dann funktioniert das allwandfrei, weil dann wandert die Hitze hier über die Waben immer weiter rüber, hier in die Richtung. Wenn ich aber von vorne komme, dann dauert es relativ lange, bis dass ich mehrere Waben erwische. Das heißt also, diese Bewegung auf den Sensor zu oder vom Sensor weg, die kann hier so ein PIR relativ schlecht erkennen, der ist eher für sowas seitliches gedacht. Auch erfasst der hier nur Bewegung und zwar grobe Bewegung. Das heißt dann zum einen, er guckt nur, haben sich da zwei geändert und kann daher nicht erkennen, bewege ich mich jetzt nach links, nach rechts, vor, zurück, das kann er alles nicht erkennen. Und was der ja auch nicht erkennen kann, ist Präsenz. Wenn ich still an einem Ort bin, dann wird das mit Sicherheit erst mal erkannt, weil ich habe mich ja hinbewegt. Wenn ich dann aber ganz still bleibe, dann geht der Sensor irgendwann aus, weil es bewegt sich ja nichts mehr. Das klassische, ich sitze im Raum und das Licht geht aus, wenn irgendeiner die Hausautomation zu weit getrieben hat. Und der letzte Punkt, das Ding arbeitet mehr oder weniger nah am sichtbaren Bereich. Das heißt, wenn man den Sensor nicht sehen kann, kann er auch nichts erkennen. Das heißt also, zum Beispiel kann man ihn nicht gut verkleiden. Die Linse muss immer irgendwo sichtbar sein. Und auch, wenn die Linse verdreckt ist durch irgendetwas, dann kann der auch nicht mehr sinnvoll erkennen. Ist also alles ein bisschen problematisch. Es gibt da eine andere Technik, die kann helfen, viele dieser Probleme wegzumachen. Und zwar ist das Radar. Radar hat den Ruf, relativ teuer und ineffizient zu sein. Da hat sich aber über die letzten Jahre einiges getan. Von daher gucken wir doch mal da drauf. Rufen uns erst noch mal in Gedanken, was ist denn Radar? Gehen wir mal davon aus, dass hier wäre ein Radarsensor ohne dann die Kappe. Dann würde der eine Frequenz ausstrahlen und gucken, was zurückkommt. Das kann man auf zwei Arten machen. Das hier wäre unsere Frequenz hier, diese entsprechende Welle. Dann können wir zum einen hingehen und können sagen, okay, wie weit geht denn das? Aktuell geht es ja durch. Wenn ich jetzt hier etwas hätte, dann würden wir ja entsprechend hier weniger Wellen nur noch sehen. Die restlichen sind ja nicht mehr da. Wird ja früher reflektiert. Das könnte der Sensor erkennen. Ist für unseren Zweck aber nur so mäßig hilfreich, weil ja schön, jetzt wissen wir, da ist etwas. Aber wir wollen ja Bewegung erkennen. Das können wir zum Glück auch. Und da kommt der sogenannte Doppler-Shift zum Einsatz. Das heißt also, wenn wir jetzt hier hingehen und uns hinbewegen, dann stauchen wir ja quasi die Wellen zusammen hier vorne. Das heißt, die Frequenz geht hoch. Das, was wir ausstrahlen, ist eine Tieffrequenz als das, was zurückkommt. Einfach weil durch die Bewegung diese Frequenzen zusammengedrückt werden und genauso in die andere Richtung. Da werden die dann auseinandergezogen und auch das kann man erkennen. So können wir erkennen, ob wir uns darauf zubewegen, darauf wegbewegen. Und natürlich gibt es auch irgendwie so schräg. Das heißt also, so ein Radar, der kann im Prinzip alles erkennen, was an Bewegung da ist. Jetzt sagte ich ja schon, da hat sich einiges vom Preis getan. Und der günstigste Contender, das ist der hier. Ja, dieses Board hier oder diese Boards, sind ja mehrere, die ich hier erwischt habe. Das sind die sogenannten RCWL-0516. Die sind relativ verbreitet und ist einer dieser Radarsensoren. Wir sehen auch hier ungefähr schon, wie es aufgebaut ist. Wir haben hier hinten unsere Pins, wo wir interfacen können, haben hier die Elektronik und hier vorne in dem Bereich dieses Geschlängelte ist unsere Antenne. Preislich kommt es natürlich immer sehr darauf an, wie gerade die Händler so rumhantieren. Aber prinzipiell kann man sagen, ungefähr 30 Cent um den Dreh gibt man für sowas aus. Das ist, glaube ich, nicht mehr wirklich viel mehr als so ein PIR-Sensor in nackter Form ohne Elektronik. Also schauen wir mal, wie man so ein Ding benutzt und was man dabei beachten muss. Dazu machen wir uns mal erstmal hier einen von ab. Wie gesagt, es sind jetzt hier mehrere. Und wenn wir uns den hier nehmen, da ist eigentlich noch was zum Abmachen. So, jetzt aber. Dann haben wir hier mehrere Dinge, die wir benutzen, und einstellen können. Das Erste, was wir auf der Oberseite sehen, das ist hier ein relativ großes Ding, was nicht belegt ist, nämlich CDS. CDS, das ist Cadmium-Sulfid oder sowas, ist das Material, womit Fotowiderstände gemacht sind. An der Stelle kann man so einen Fotowiderstand drauf machen und kann dafür sorgen, dass der Ausgang hier nur funktioniert, wenn es dunkel ist. Ist zum Beispiel für irgendwelche Lampen natürlich sinnvoll, dass die eventuell nicht nachts angehen. Auf der anderen Seite haben wir dann noch mal ein paar Sachen. Wir haben noch mal ein CDS-Pin. Ist im Prinzip dasselbe wie hier hinten. Wir haben ein VIN für die Betriebsspannung. Die kann alles zwischen 4 und 28 Volt sein, wenn wir den Datenblatt glauben. Heißt natürlich, wir können es nicht mit 3,3 Volt speisen, aber mit einer 5 Volt Speisung, zum Beispiel vom USB-Direktro, da funktioniert es. Daneben haben wir den Out. Das ist der Ausgabe-Pin, der uns gerade sagt, ist eine Bewegung da oder ist keine Bewegung da. Der arbeitet mit einem 3,3 Volt Pegel, das heißt, da kann man so einen üblichen Mikrocontroller direkt dran machen. Dann haben wir noch einen Ground und einen 3,3 Volt Pin, wo die 3,3 Volt vom Schaltregler ausgegeben werden, der hier drauf verbaut ist. Das sind die Anschlüsse, die wir normalerweise benutzen. Wenn wir auf die Rückseite gehen, haben wir noch ein paar Sachen, die uns eventuell weiterhelfen können. Und zwar haben wir hier oben einen C-TM, Capacitor Timing. Damit können wir das Timing vom Ausgang etwas verändern. Normalerweise der Ausgang wird für ein paar Sekunden High, wenn er eine Bewegung erkennt. Und wenn er nichts mehr erkennt, wird es direkt wieder Low. Hiermit können wir das ausweiten, zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wenn ich eine Bewegung erkenne, dann lass das Licht zum Beispiel für 60 Sekunden oder sowas an. Das kann man da entsprechend auflöten. Dann haben wir R-GN, Resistor Gain. Damit können wir die Empfindlichkeit senken. Das heißt also, wenn wir erkennen, okay, das Ding ist viel zu empfindlich, dann können wir damit das absichtlich ein bisschen unempfindlicher machen. Ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr irgendwie Probleme habt, dass zum Beispiel irgendwie Wind oder sowas das auslöst. Und last but not least, R-CDS. Damit stellt man die Empfindlichkeit für diesen Lichtsensor ein, wenn man den benutzt. Ja, mehr haben wir nicht hier drauf. Also gucken wir mal, wie wir das Ding benutzen und was er so denn macht. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Netzteil und Oszilloskop und dann können wir auch, denke ich, relativ flott sehen, was das Ding so treibt. Okay, schauen wir mal. Ich habe jetzt hier entsprechend die Eingangsspannung dran und den Ausgang, den hängen wir doch einfach mal hier an das nicht so ganz kooperative Oszilloskop. Sollten wir eigentlich sehen, was der da treibt. Mit etwas Glück kann ich still genug sitzen, dass der mir hier nicht abhaut. Mal gucken, dass es nicht wegrutscht. So, sieht gut aus. Dann schalten wir mal den Strom ein und wir sehen direkt, der geht hier auf High und Low. Okay, da hatten wir jetzt gerade unser Signal. Jetzt ist er wieder High und wieder Low. Also wir sehen, der reagiert sehr schnell. Ich denke, Low heißt, er tut nichts. Und High heißt, er tut was. Dann versuchen wir das doch einfach mal. So, jetzt ist er Low. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, ist er High. Wenn ich nicht mehr drüber gehe, ist er Low. Das sieht gut aus. Na, komm. Triggerst du wieder? Ja, triggert. Und wie gesagt, das Ding ist ja mehr oder weniger, ja, Funk. Das heißt, es kann durch Dinge durchgehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal hingehe und einfach mal ein bisschen Papier drüber mache. Ja, warte mal, bis das wieder Low ist. So, Low. Und wenn ich jetzt drüber gehe, man sieht's, der geht schon auf High. Also wir können das Ding auch hinter zum Beispiel Papier oder ähnlichem verstecken. Okay, sieht gut aus. Und ja, Funk ist ja doch sehr gut geeignet, Dinge zu durchdringen. Wisst ihr eventuell. Also testen wir auch das mal. Also nehmen wir mal hier ein Brett. Das sind so zwei, zweieinhalb Zentimeter starkes Holz. Das legen wir jetzt einfach mal drüber. Warten mal wieder, bis das Ding Low ist. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, ja, das Ding triggert immer noch und erkennt hier meine Hand, obwohl wir hinter zwei Zentimeter Holz sind. Ja, ich denke, damit ist definitiv gezeigt, dass wir hier in der Lage sind, sehr gut zu detektieren und halt auch Kleinkram, also auch wenn ich hier von oben komme, kann das auch erkennen und geht auf High, so wie das sein sollte. Strom im Übrigen so zwei bis drei Milliampere. Also ja, wenn man jetzt bedenkt, so ein PIR, der zieht meistens unter einem. Es ist doch mehr Strom, der da benötigt wird. Also alles toll. Naja, fast. Es gibt da so ein paar Sachen, die man beachten muss. Zum einen, ja, die Dinger hier sind deutlich zuverlässiger als die PIR-Melder, zumindest wenn es darum geht, auch bei nicht ganz idealen Bedingungen noch was zu erkennen. Aber dafür brauchen sie halt auch ein bisschen mehr Strom. Also für batteriebetriebene Anwendungen vielleicht jetzt nicht das Beste. Aber ja, ansonsten ist so ein Radarsystem auf jeden Fall ganz gut. Aber vielleicht nicht das hier. Denn hier dieses Board hat zwei Nachteile. Einen, den können wir ein bisschen umgehen und einen, der, naja, not so much. Das erste ist, naja, wir haben hier tatsächlich nur einen Ausgang, irgendwas von ja, es ist Bewegung da. Nein, es ist keine Bewegung da. Das ist prinzipiell zwar genau wie bei den PIR, aber technisch kann hier so ein Radarsystem natürlich viel mehr erfassen. Wie gesagt, der kann zum Beispiel die Richtung, in was sich bewegt und so erkennen. Das kann der hier nicht rausrücken. Was man machen kann, ist hier auf einem PIN von dem Chip hier ein analoges Signal abgreifen. Das ist zwar nicht vorgesehen, aber dann kriegt man zumindest so ein bisschen mehr mit, was denn jetzt los ist. Aber es gibt deutlich komplexere oder leistungsfähigere Systeme hierfür und die geben dann seriell zum Beispiel die ganzen Sachen aus. Die gucken wir uns dann irgendwann nochmal anders an. Das andere ist, naja, wenn wir hier mal drauf gucken, wir haben ein Chip und jede Menge Passivkram außenrum plus ein Transistor. Was wir aber nicht haben, das ist irgendeine Form von Quarz oder irgendwas anderes, was den Takt vorgeben kann. Und gerade bei solchen hochfrequenten Sachen will man das eigentlich haben, weil jede kleinste Abweichung in der Referenz sorgt halt für eine massive Abweichung am Ausgang hinten. Für die eigentliche Funktion ist das egal, denn hier bei diesem Radarprinzip mit Doppler-Radar, da gucken wir uns ja lediglich an, wird das auseinandergezogen oder zusammengestaucht, diese Frequenz. Wir gucken uns also die Unterschiede an zwischen dem, was wir raussenden und dem, was zurückkommt. Das geht über den Mixer relativ gut, ist dann auch alles keine Hochfrequenz mehr, deswegen ist ja auch nicht wirklich irgendwas groß an Hochfrequenzzeug drauf. Das, was nach dem Mischen rauskommt, das ist halt nicht so schnell, das kriegt man auch mit normalen Komponenten relativ gut hin. Aber, naja, dadurch ist halt der Ausgang nicht stabil. Und wir senden hier ja. Das heißt, wir senden irgendwas und nichts, was sonderlich fest ist. Ich habe mal gemessen bei hier dem Ding, da komme ich so ungefähr zwischen 3,1 und 3,2 Gigahertz raus, wo das Ding läuft. Und ich habe so meine Zweifel, dass man den hier legal in Deutschland einsetzen kann. Wenn wir da mal in den Frequenzplan gucken von der Bundesnetzagentur, dann ist dieser Bereich hauptsächlich für Radioastronomie, Weltraumforschungsfunk und militärische, nicht-navigatorische Ortungsfunkdienste vorgesehen. Es gibt eine Ausnahme und zwar, was tatsächlich auf diesen 3,1, 3,2 Gigahertz erlaubt ist, sind aktive Sensoren Radar. Aber nur an Bord von Weltraumfahrzeugen für die wissenschaftliche und technische Forschung. Ja, ich denke, wir können zusammenfassen. Das Ding hier hängt also nicht an einem Satelliten oder an irgendeinem anderen Weltraumfahrzeug. Und ja, die Frequenz dürfen wir nicht nutzen. Ja, wenn man das Ding indoor betreibt, so eine Außenmauer und auch Glasscheiben, die sind für die Frequenzen nur schwer zu durchdringen. Aber, naja, wenn halt doch mal was rauskommt, wie gesagt, in diesem Bereich, da sind irgendwie Militäranwendungen, Forschungseinrichtungen. Das sind beides Leute, die jetzt nicht unbedingt den Spaß verstehen, wenn man denen dazwischen funkt. Literally. Klar kann man alles abschirmen, aber sind wir realistisch, fangt ihr an, eure Wohnung abzuschirmen, wenn ihr irgendwie so einen Sensor benutzen wollt? Wahrscheinlich nicht. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was der Vorteil von Radar gegenüber PER ist. Warum es eine gute Sache sein kann, Genauigkeit, und warum es eine schlechte Sache sein kann, unter anderem halt Stromverbrauch oder dass das Ding hier halt funkt und man das auch dürfen muss. Und wie gesagt, zumindest die hier, diese RCWL 0516, ohne Quarz, ohne Frequenzstabilität und in diesem 3 GHz Bereich, ich habe so meine Zweifel, dass man die benutzen kann, auch wenn sie technisch das tun, was sie sollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.